Powerprox. Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause. Video 5 Fremdlichtsicherheit. In diesem Video wird das Thema Fremdlichtsicherheit bei den Powerprox-Sensoren von SIG behandelt. Fremdlicht stellt für optische Sensoren immer eine Herausforderung dar. Der Sensor kann Fremdlicht mit dem selbst ausgesendeten Licht verwechseln und es kommt zu Fehlschaltungen. Bei den Powerprox-Varianten Distance, Speed und Precision wurde daher für eine hohe Fremdlichtsicherheit Sorge getragen. Der Abstand zwischen Objekt und Sensor wird für diesen Aufbau auf ca. 2 m eingestellt, da bei größeren Entfernungen tastweiten Verschiebungen aufgrund von Fremdlicht stärker zu tragen kommen. Der Sensor wird auf ein weißes Target ausgerichtet und dieses mit einer handelsüblichen Halogen-Schreibtischlampe bestrahlt, die in einem kurzen Abstand zum Objekt zwischen 3000 und 5000 Lux liefert. Das Detektionsergebnis bleibt stabil.